So, warte jetzt. Zu die Oase, ne? Ja, fremd die Kühne, fremd die Kühne. Und das ist Grafik. So, mal gucken, ob der Lüter ist, der Ventilator, dann ist es gut für meine tolle Grafikern. Denn ich musste jetzt mal ein bisschen anders hinstellen. Jetzt funktioniert es theoretischerweise wieder. Es ist halt, je nach Spiel und Aufwand, ist die Grafik gleich noch niedriger. Und das macht meine Grafik, also nicht zu schaffen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, es ist halt sinnlos. Aber, was wir mal machen, nicht zu machen, nicht zu machen. Oww! Das war's, bojaaa! Die, motherfucker, die! Ah, ich habe einen Daumen. Oh, ich habe einen Daumen. Nathalm! Oh mein Gott, da ist das hier. Ja! Was hat er denn, ja? Oh, ich höre sie an. Geht es da mal, ja. Ah, okay. Ja, das ist nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr. Oh! Ja, das ist nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr. Das war's. Erstmal speichern, bevor es wieder abbricht. Ja, das ist zu dick. Das ist wieder die Grafikkarte. Meine Grafikkarte ist super. Sehr special, danke zu Grafikkarte. Oh, hier fahren wir noch erst so stark. Und schon wieder ein Anfang. Yay! Oh, der wird schon abgeschlossen. Gingst du? Oh, der wird schon abgeschlossen. Gingst du? Oh, der wird schon abgeschlossen. Gingst du? Oh, der wird schon geschlossen. Oh, der wird schon geschlossen. Ja, ich bin genau, da wird schon mal geschlossen.